Liebe Abgeordnete, diese Entschließung über die Rechte des Kindes ist eine wichtige Entschließung. Wir bedauern aber seitens unserer Fraktion, dass einige Stakeholder, einschließlich wichtiger Lobbyistengruppen, diese wichtige Entschließung dazu missbrauchen, ihre eigenen kommerziellen Produkte zu vermarkten. Da haben wir bei der EVP zum Beispiel die Tendenz, dass man Kinder zum Geißeln nennt, einschließlich der verwendeten Sprachnutzung. Wir sind dagegen, dass eine Technologie verwendet wird, um ganze Netze zu kontrollieren, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt, das zu missbrauchen. Die Entschließung, die geht auch nicht richtig ein auf. Die Ergebnisse einer internationalen Studie, Internetprovider, verwenden immer mehr Filter, um eine unlegale Verbreitung von Sexualmaterial über Kinder zu kontrollieren. Aber die Gesamtzahl dieser Bilder, ob gemeldet oder nicht, die steigt gar nicht. Und deswegen ist es so, dass wir von der Piratenpartei unsere Zustimmung zu Absatz 16 nicht gewährt haben und uns deswegen der Stimme enthalten haben.